Wenn du die vier Wände stets alleine hast, ist das nicht sehr schön? Wenn du aber auch ein bisschen Schminzes passt, dann könnte das mit uns beiden ja gehen. Vielleicht kannst du bei mir ja der Gewinner sein, sie ziehen die vier Wände ein. Wir wenden, wenn du willst, Marie. Wir wenden, wenn du willst, für ihn oder für sie. Wir wenden, wenn du willst, dann spiel. Wir wenden, frei hier mit Marie. Wenn du gerade kein Dach über dem Kopf mehr hast, komm doch mal vorbei. Wenn du gerade nur zwei, wenn du kein Zimmer hast, ich hab hier vier Wände für dich frei. Vielleicht kannst du bei mir ja der Gewinner sein, sie ziehen die vier Wände ein. Wir wenden, wenn du willst, Marie. Wir wenden, wenn du willst, für ihn oder für sie. Wir wenden, wenn du willst, dann spiel. Wir wenden, frei hier mit Marie. Wir wenden, wenn du willst, Marie. Wir wenden, wenn du willst, für ihn oder für sie. Wir wenden, wenn du willst, dann spiel. Wir wenden, frei hier mit Marie. Musik